Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach hinten gucken und zuerst mal einfach ganz normal geradeaus gucken. Das sieht ziemlich gut aus. Linkes Knie vor, also Fuß ein bisschen abräumen. Moment schön. Ja, genau das. Klasse, rechtes Bein vor. Jetzt noch ein bisschen drehen und auch wieder nach oben gucken. Perfektus. Das ist ein paar Minuten. Allein die Knie mit harinaisen, die Dornstein, die LeFF ist nicht lieb. Wir sind abschließend. Die Knie mit der Knie werden nun mal direkt, die Knie, die Knie mit dem Knie haben nach oben, wie bei der Knie mit dem Knie ist. Vielen Dank. 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 Ja, bei mir wollen Sie nie nach oben kommen. Das ist auch mal das Gleiche. Ja, ne, wobei, da gibt es noch nicht mal den großen Unterschied, das ist einfach nur wirklich ein Befehl. Also man kann auch beim Haus gar nicht draufklicken und sagen, hier, nächstes Wort. Wir haben sozusagen der Impuls, wenn man eben wedelt, dann kommt sozusagen der Impuls, wird dann an dieses Programm von dieser Software, der die Projektion macht, sozusagen einfach nur die Informationen übergeben, der ist hier im Worthältnis. Oder mit dem Zoom eben auch. Sehr lange von der einen Seite zu anderen laufen und andere. Ja, das ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja, da ist ja. Ja, da ist ja, da ist ja. Vielen Dank.